Ey, voll unhöflich von mir. Ich hab euch gar nicht gefragt, ob ihr heute gut hier hergefunden habt. Nee? Nee? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie heißt du? Nee. Juicy. Hast du mit dem Namen schon mal über eine Porno-Film-Karriere nachgedacht? Nur mal so in Erwägung gezogen. Was war das Problem heute? Du bist hier hingefahren. Du bist hier hingefahren? Nee, in der Lanxess-Arena. Du bist zu Lanxess-Arena. Du dachtest, ich spiele in der Lanxess-Arena. Hey, Juicy! Jetzt sitzt ihr den ganzen Abend da und denkt, was für ein Loser. Ich hoffe, irgendwann sehen wir uns auch mal in der Lanxess-Arena, wer weiß. Beim Kölner Haie-Spiel oder so.